Hallo, ich bin der Gino von O'Neill und ich zeige euch heute einmal unsere B2 Goggle. Die B2 hat die perfekte Passform. Möglich wird dies unter anderem durch unsere Attachment Wings. Durch die Attachment Wings ist es dem Brillenband möglich, sich sauber um den Helm zu legen und die Brille presst sich dadurch fester ans Gesicht. Kommen wir zum Innenleben. Den Schaum, den ihr hier sehen könnt, besteht aus drei verschiedenen Lagen, die unterschiedliche Härtegrade haben, wodurch die perfekte Passform zustande kommt. Die äußere Schicht absorbiert euren Schweiß perfekt und sorgt dafür, dass euer Gesicht trocken bleibt. Selbstverständlich finden wir bei dem hochwertig gewebten Brillenband Silikonstreifen auf der Innenseite, die für einen sicheren Halt auf eurem Helm sorgen. Wie es sich für eine gute Motorkross- oder Mountainbikebrille gehört, findet ihr Aufnahmen für Abpreisfolien. Diese sind selbstverständlich als Zubehör bei uns erhältlich im jeweils 20er Pack. Damit auch jeder Fahrer für jede Witterung das passende Glas findet, bieten wir für die B2-Brille verschiedene Gläser an, in einfache oder Doppelglasausführung, in verschiedenen Tönungen, wie verspiegelt, grau oder auch blau. Diese Brille gibt es in vier weiteren exklusiven Graphics. Die B2 ist komfortabel, sie hat die perfekte Passform, aber es gibt für sie eine Menge Zubehör. Mit dieser Brille seid ihr ganz vorne mit dabei. Bis zum nächsten Mal.